Ah, wir gucken jetzt, Panel 4, Sitcon, 2023, Navigate in die Universe Star Map. Incredible. Ja, okay. Wir gucken da mal kurz rein. Bin gespannt. Ja. Äh, ja. Hau rein. Schauen wir mal. Ich denke, Panel 4 war sogar besser als die Hauptdemo. Hier geht's. Hallo, YouTubers, das ist The Nubifier. Auf dem 21. Oktober 2023 hatten wir CitizenCon. 2-Dage-CitizenCon. Das Show war ein Set von live-Panelen aus Los Angeles. I'm going to be breaking everything down from day one and day two. I'm working on a little backlog today, but check it out. This was the fourth panel navigating the universe. I don't actually know what happened to panel two from the schedule. Maybe CIG vented it out and out. Hey, man. Schauen wir es gut. I'm going to track it down for you. But here's what you need to know about panel four. The panel was hosted by Bone, Zane, Emily, and Simon. We began with a statement that space is big. A UI standard is preserved throughout the company. The new tools are developed and that makes the UI elements. And this is done in one place, to improve the results and improve the speed that they're made. Star Citizen has an above average level of information needed by the player. And Star Citizen is broken down into layers. Schau mal hier, da haben wir Weapons, Throwables, Consumables. Da unten, das ist einfach nur Helmrand, wahrscheinlich. Hier rechts ist das die Höhe, wie ich gucke. Ja, der Winkel. Die Höhe, ja. Die Höhe, da oben ist ein normales Radar, also ein Kompass, wie man es kennt. Da oben ist auch nur Helm und hier ist auch Helm. Was ich geil fände, oh, lass ich erst mal das Video zurücksetzen. Ist das die ganze Zeit schon nicht zu sehen hier? Hä, doch, es war doch da. War es da? Ich glaube, es war da. Okay. Was ich gerne hätte, ja, sehr gut. Was ich gerne hätte wäre, vielleicht kommt es ja noch, ich habe es ja noch nicht gesehen. Was ich gerne hätte wäre ein Dings, also eine Map innerhalb von irgendwo. Wenn, dann gehen wir auf eine Station, dann kannst du eine Map öffnen. Ah, okay, ja, ja, also das wäre krass, wenn du da mitpasst, sondern... Ja, schon, aber halt rein. Ja, ja, ja. Dass du halt auch von Gebäuden und so Maps hast und so. Kommt noch, okay. Die ignorieren den Chat, da wird jetzt ein Reactions. Auch wie es wackelt bei den Schritten. Das ist immer bei den Schritten am Wackeln. Da unten ist Strahlung. Sechs Rem die Sekunde. Rems, ja. Könnte sein, oder? Das wird aber ganz schön heavy hier unten gerade. Absoluten Wörst Level of Clutter that a player might see with this new UI. You have been looking at the live demo. There's a compass at the top and there are little marker lines in the player HUD which show where items will be seen. Bone then walked a little bit and there was a new mission objective that popped up and a location objective. As the object went out of the player's view, it changed to an edge arrow like what we see in other games and in the space combat. The location had a threat of radiation and the player status showed this at the lower left like we've seen before. As the objective was completed and the pipe was fixed, the level of... Und er wird gerade ganz gut verstrahlt hier gerade. Ja, ja. Radiation fell to normal and that changed on the HUD. Oh, guck mal. Next objective pops up, which is to kill an in... Matryl. Stored. Du darfst gerade wieder herstellen, oder? Wahrscheinlich, oder? The location indicator lets you know, how easy you are to be detected. The player has a passive scanner that works on proximity. The closer you are, the better the data. But the player... Here's Energie. Also, that's right, so wahrscheinlich Ausdauer, ja. There's... Schweiß. Keine Ah, that's the Geräuschpegel, the you are using? When the player takes out their weapon... Ui. Yeah. Why changes to show the new priority? These are your ammo, your grenades and all of the things you're going to need for combat. Throwing a grenade, has its own threat indicator. The NPCs were highlighted. All of this looks like what I've seen in Cyberpunk 2077, which is not a negative comment. If you're going to copy anything, that game is super futuristic and the HUD is worthy of duplication. The new MobiGlass is fantastic. It's fully redesigned and holographic. What they showed off was the... Uff. Okay, krass. Okay, Körper. Das ist das neue... User Interface. Das ist das neue... Ja, ja. Der neue Pip-Boy. MobiGlass, ja. MobiGlass, genau. Wir haben Home Locks... Boah, das sieht ja deutlich geiler aus. Krass, ja. Vor allem, weil es auch so 3D gemacht ist. Radiation, Pressure, Atmos. EwaFuel, Oxygen. External Temperatur, Gravity. All die Atmosphäre. Safe zum Atmen oder nicht? Da sieht man auch die Gravity von dem Planeten. Krass, Alter. Nicht schlecht. 1G. Das wird dann so erdregemessen sein wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Sich an der Erde orientieren. Ja, oder ein... Nee, ist wahrscheinlich... Physikalisch ist das doch 1G. Also ist dann dein Körpergewicht. Ja, genau. Was sich nach unten zieht, ja. Ja. Richtig. Wahrscheinlich. Wird so sein, ja. Obwohl, aber an irgendwas muss man ja das trotzdem messen, oder nicht? Weil warum ist denn... Weil auf dem Mond wiege ich ja nicht so viel. Ja. Wenn ich auf dem Mond eine Waage stelle und mich drauf stelle... Ja. Weißt du nicht, wie viel G hat es auf dem Mond? 0,8? Ich weiß es nicht. 0,7? Oder noch weniger, 0,3? Ich habe keine Ahnung, wirklich nur absolutes Halbwissen. Also nicht mal 10% Wissen. Oder wie die Kommentare auf YouTube sagen, meine Unwissenheit. Dann die Unwissenheit von mir aus, das ist halt... Also dann wiegst du ja... Ich wiege dann ja keine 100 Kilo auf dem Mond, sondern halt bloß 60 oder sowas. 60 oder 70, ja. Genau, je nachdem, wie da halt der Grad ist. Und das wird sich dann... Das muss ja von irgendwas ausgehen, diese 1G. Ah, du kannst dann auch separat auf die Starman zugreifen. Okay, krass. Von da unten. Ich glaube, das geht jetzt auch schon. Galactapedia ist wahrscheinlich wie so ein... Ich glaube, die Starman gibt es auch schon in dem Mobilglas. Ich bin mir aber nicht sicher. Da gibt es eine PU-Version, die ein bisschen mehr wie ein Smartphone sein wird und es hat Apps. Wir werden dann sehen, was nächstes kommt, über die nächsten paar Patchen und was die funktionieren. Ah, da gibt es dann wie so Stadt... Stadtplan. Das hast du gut gemacht, du bist ein Profi. 1G ist die Standardanziehungskraft auf der Erde bei Meeresebene. Ja. Danke fürs Gungeln. Geil, das ist schön. Ach, du kannst es runterladen. Krass. Boah, da oben. Boah, geil, das ist so eine Minimap. Und da kannst du es hier an deinem Lok... Ah, okay. Ja, das ist hier, nice. Profi. Entschuldigung. Nein, kein Ding. Weiter. Schon krass. Das ist echt heftig, Alter. Stabil. Krasses Kompliment, Mann. Ah, okay. Du kannst dich durchkommst, oder? Ja, ja. Abgeschwissen. Da waren rote gerade, ja? Die werden wahrscheinlich rot gehen. Wow, okay, das ist stark. Nicht schlecht. Und die kann man dann safe mit anderen Spielern teilen. Ja. Diese Marker. Und dann kann man sagen, komm zu meinem Marker, den ich dir gemacht hab. Den nenn ich... Hure... Und dann, ähm, kann man da hingehen. Und sie können Metadata tragen. Sie sagten, dass wir die Marker auf dem Markt verkaufen werden können. Und dann, natürlich, ging der Publikum zu schlafen. Weil jeder mag, was verkaufen. Die Verkaufung der Marker hat sich eigenes Ratingsystem, wie Yelp. Der dumme Wegpunkt ist in... Man kann die Marker verkaufen. Ja, lass dir mal labern. Das heißt, wenn ich... Also, wenn ich jetzt auf dem Planeten bin, und ich find was ultra krasses... Ja. Da kann ich das marken, und kann sagen, mega heavy secret, kostet dich 5 Millionen. Und dann zeig ich 5 Millionen und krieg die Marker. Wahrscheinlich. So you're also able to plot a path, and there it's represented in the player's UI on the map. AI pathfinding tech is used by the NPCs, that's the back end, that drives the map feature. The path can be blocked by a lock door or a fire, which is handled by the system automatically, and updates the path. They sent out a player ping to check the map, and then they navigated to the location with the map, but also the waypoint was visible in the player's view. They transitioned to a waiting ship, and the map transitioned at the same time. Now on board the Carrack, the Moby Glass has a full representation of all of the floors of the ship. Highly de... What? Krass, nicht schlecht. The Carrack, the Moby Glass has a full representation of all of the floors of the ship. Das ist krass. Das ist heftig, Alter. Das ist richtig heavy. Boah. Geil. Highly detailed and seamless. I can see real usefulness for the engineer unfamiliar with all of the ship. needing to find a shield generator. They would open the map, set the waypoint, and then be running to the location, to perform an emergency fix. The real party piece was next, though. They simply pulled out of the ship map, and it revealed... ...that it was actually the universe map. The star map. We then had more information about how this player map behaves as a star map. Your location is always represented in 3D on the map. They pulled even further back to show... So, kurz hund aufs sofa geschmissen, und jetzt geht's weiter. Mmh. All of Crusader, with a better label engine, no matter where the player is looking, the label will flip to be easy to read. Surface labels are based on the surface, so spinning a world will result in the far side labels being hidden to reduce clutter. Clicking on an object selects it, the player can zoom in and out freely. Oh, okay, geil. Oh, okay, geil. This is, find ich geil. There is a hover over cursor that adds information as you drive the cursor over an object. There is a go to last marker button. There is a step back button, which will help us navigate by clicking microtech and then we can pan to the destination. Ach. Das finde ich geil. Ich finde geil, dass der sich auf diesen Kreis fokussiert innerhalb. Und das ist auf die komplette Demo. Also kann also be used, if you're unfamiliar with the system. Scroll the list, click the feature and we're transported to the location. We jumped all the way back to the technical deck of the Carrack where we started. They also showed off like a surface map of a planet and that's it. This panel was full of emotions for me. So many years messing with a garbage space map and this seems to be exactly what we need. Also die Map ist wirklich garbage. Also das ist wirklich, die jetzige Star Map ist wirklich einfach nur absoluter Schmutz. Die ist komplett damage. Also, boah. Aber dann sind die da dran und das wird ja richtig gut. Ja. Wenn das dann auch so wird, wie es hier ist. Wie hier, ja. Also wir müssen, wie gesagt, die schon im letzten Video immer Vorsicht walten lassen. Ich weiß, das sind ganz tolle Entwickler und megagut und Hype-Dotal, aber... Sag niemals nie. Sag niemals nie. Nachher kommt das Ding komplett verpackt raus und warten wir mal ab. Aber... Äh... So wie es aussieht, sieht sehr gut aus. A Megapint. Ja. Wer kennt die Anspielungen? Was hat er gemeint? Megapint. Ja. Von lokaler Map auf dem Schiff zur Stadt. Zur Star Map. Ja. 76.800. Und das ist wichtig, weil Deadlift ein Halsey als Giveaway donatete. Das wird am Ende linkiert werden. Es ist frei, zu enter. Wenn wir zu 78.000 bekommen, dann werde ich ein zweites Schiff für ein total von 700 Dollar US. Danke sehr, dass ihr Zeit mit mir spenden. Wenn ihr euch unterstützen möchtet, dann könnt ihr euch das Video shareieren. Das macht viel für mich. Ja. 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 Das ist deutlich besser natürlich als die jetzige. Die jetzige kannst du ja wirklich den Hasen geben. Ja. Das ist nix. Das ist... Das ist... Das ist nix. Das ist absolut... Das ist, dass du einen Planeten fliegen musst, damit du die Map ansatzweise gescheit steuern kannst. Ja, die Map kannst du ja nicht mal ans... Also... Ja. Da geht nix. Das ist absolut... Da kannst du Lotto spielen. Das ist genauso. Ob du dann... Ja, richtig. Ob du den Planeten findest, den du willst, oder ob du ein sechster Lotto hast... Kannst du die Route nicht setzen, geht nicht. Ja. Komplett. Kannst du... Kannst du... Kannst du... Dass du... Kannst du... Kommissar. tail ñ testimonial Bis zum nächsten Mal.